Servus bei AnkaTV, schön, dass ihr wieder am Start seid. Rape, Agony und Revenge und ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wir sprechen heute über den Film Agonia. Wenn auch du immer auf der Suche nach guten Rape & Revenge Streifen bist, dann musst du jetzt noch ganz schnell diesen Kanal abonnieren, zurücklehnen und los geht's! Mir ist nach dem Intro gerade aufgefallen, dass ich im Gore-Level für dieses Video wieder ziemlich hoch geschraubt habe, weil ich habe mich da beim Rasieren geschnitten und ihr kriegt da ein lustiges Take-Out noch, beziehungsweise kriegt sogar zwei lustige Take-Outs, die hänge ich euch hinten am Video dran. Gut, wir sprechen heute über den Kurzfilm Agonia. Agonia ist ein Film aus dem Jahr 2019 vom österreichischen Regisseur Philipp Lilien-Schwarz. Der Film Agonia wurde ursprünglich als Episode für den Film Portae Infernalis gedreht. Der besteht aus drei Episoden von drei österreichischen Regisseuren und Agonia wurde eben ursprünglich als Episode für diesen Film gedreht. Black Lava hat den jetzt aber auch als Solo-DVD rausgebracht und zwar in diesem schönen Pappschuber. Von hinten schaut das Ganze so aus. Wir sehen, dass wir da eine Limitierung von 500 Stück haben und ich habe die Nummer 346 davon. Wir haben da drauf, jetzt muss ich es kurz rausnehmen aus dem Pappschuber, das hier schaut das Ganze eigentlich ziemlich ähnlich aus, wie ihr seht. Und zwar haben wir da drauf den Directors Cut mit 29 Minuten und 18 Sekunden und den Extended Cut mit 29 Minuten und 53 Sekunden und Behind-the-Scenes und Trailer haben wir drauf. Das heißt, das ist wie gesagt ein Kurzfilm und worum geht es in diesem Film? Agonia ist auf den ersten Blick ein Rape-and-Revenge-Film und zwar die Protagonistin Lisa wird gleich am Anfang entführt und wird dann in einem Bauernhaus von mehreren Männern gefangen gehalten und von einem misshandelt und auch vergewaltigt. Was ich an dem Film wirklich gut finde, der fackelt nicht lang rum. Da der Film ja wirklich nur eine knappe halbe Stunde geht, hat er auch nicht die Zeit, da lang rum zu fackeln, sondern es kommt wirklich Schlag auf Schlag, das heißt wir haben eigentlich keine langen Pausen, wo es langweilig ist, im Gegenteil, wir haben eigentlich wirklich von Anfang bis Ende immer Action, es ist immer irgendwas los. Von der Sprache her wird da übrigens Wiener Slang gesprochen, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe es zuerst auch ein bisschen eigenartig gefunden, habe es dann aber letztendlich wirklich cool gefunden, hat mir wirklich getaugt. Ja, die Rape-Szenen bzw. die Gewaltszenen gegenüber der Frau seien für einen Rape-and-Revenge-Streifen, würde ich sagen, normal. Also die Vergewaltigungsszenen selber seien nicht so arg, aber ich finde die Gewaltszenen gegen die Frau eigentlich recht heftig. Ja, gehört aber zu einem Rape-and-Revenge-Streifen einfach dazu. Ich habe das eh in einem anderen Video schon mal gesagt, für mich macht das eigentlich ein Rape-and-Revenge-Streifen aus. Dass ich am Anfang so dieses Mitleid mit der Frau habe und dann, wenn sie entkommt und sich recht an ihren Beinigern, dass man sich dann eigentlich freut, dass ihre Beiniger eigentlich umgebracht werden. Und ich finde, da hinterfragt man sich eigentlich selber auch ein bisschen, wenn man sich freut, dass jemand umgebracht wird. Ja, ich finde, es ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn man das so sagen kann, bei Rape-and-Revenge-Streifen. Jetzt habe ich allerdings eingangs im Intro gesagt, mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Wir haben bei Argonia einen Aspekt mit drin, den ich jetzt nicht verrate, weil da würde ich euch komplett spoilern, da braucht es euch den Film nicht mehr anschauen. Wir haben einen kleinen, aber feinen Unterschied drin, der den Film von anderen Rape-and-Revenge-Streifen meiner Meinung nach abhebt. Das ist so, ja man kann eigentlich schon fast sagen, ein kleiner Twist. Ich finde, dass dieser Film überhaupt mehrere Twists drin hat und das macht den Film meiner Meinung nach wirklich cool. Also, weil Rape-and-Revenge ist ja normal die Story klar. Entführung, Entkommen und sie rächt sich. Und da haben wir noch einen kleinen Aspekt drin und der ist wirklich klein, also nur, dass wenn ihr den Film anschaut, dass ihr wisst, was ich meine. Der ist wirklich eher klein, der Aspekt. Und der hebt diesen Rape-and-Revenge-Streifen von anderen Rape-and-Revenge-Streifen einfach ab. Und das finde ich wirklich cool. Ah, die Revenge selber, die finde ich wesentlich heftiger als die Rape-Szenen, die Vergewaltigungsszenen. Also, bei der Revenge geht es auch wieder kurz und knackig zu, aber ich finde, das geht schon ganz heftig zur Sache. Finde ich cool, also ist wirklich gut gemacht. Und auch die schauspielerische Leistung. Also, wir reden da ja von einem Underground-Film und ich gehe davon aus, dass das alles eine Hobby-Produktion ist. Also, ich gehe davon aus, dass der Regisseur das eher hobbymäßig macht. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich gehe davon aus. Und die Schauspieler gehe ich auch davon aus, dass eher Leidendarsteller sind. Und dafür ist die schauspielerische Leistung wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich finde, die Schauspieler machen das wirklich gut. Vor allem die Lisa, die Protagonistin in diesem Film ist, die entführt wird, spielt wirklich gut und auch wirklich gut die Revenge-Szenen dann zum Schluss. Ja, viel mehr gibt es zu dem Film nicht mehr zu sagen, außer mein abschließendes Fazit. Dieser Film bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Also, ich empfehle euch wirklich, holt euch diesen Film. Ich glaube, ich habe gesagt, dass dieser Film limitiert ist. Das habe ich zuerst gesagt, also 500 Stück. Also, wenn es ihn noch gibt, blöde Ringleuchte. Holt euch den Film, wenn ihr ihn noch kriegt und sonst vielleicht irgendwo gebraucht auf einer Börse. Der hat 10 Euro gekostet. Da ist wirklich nichts verloren. Und ich empfehle euch den Film wirklich. Also, dafür, dass das ein kurzes Film ist, hat er, wie gesagt, meiner Meinung nach zwei Twists drin. Einmal einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und ganz zum Schluss haben wir auch noch mal so einen kleinen Twist, den ich jetzt nicht spoilere. Wir haben eigentlich nie Langeweile. Wir haben von Anfang bis Ende, ist was los. Der Film geht gleich ans Eingemachte. Wir haben gute Rape-Szenen. Wir haben richtig gute Revenge-Szenen, auch wenn sie kurz und knackig sind. Also, 7 von 10 Punkten, der Film Agonia. Gut, jetzt bleibt euch noch eins zu sagen. Wenn du nicht auch irgendwann gefesselt auf den Dachboden enden willst, dann musst du jetzt noch unbedingt diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Da bin ich noch einmal, was ich fast vergessen habe. Jetzt kommen noch die beiden Outtakes, was ich euch versprochen habe. Und jetzt wirklich Tschüss. Und los geht's. Okay. Peter Lilian Schwanz. Okay. 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 Okay.